Wessen Kind ist sie? Das eines sehr reichen Mannes, der bald um 50 Millionen Dollar ärmer sein wird. Leute, tut mir echt leid, was mit dir geschehen wird. Leute! Leute! Wir haben ein Vampir gekidnappt. Wie tötet man einen Vampir? Einen Flock durch das Herz. Was soll ich sagen? Ich liebe es, mit meinem Essen zu spielen. Ich liebe es. Vielen Dank.